Ja, okay, eine Hohen, ja, boah, Digga, hä, schattest du da vorhin schon? Ja. Hä, wie geil. Wieso sagt mir das keiner? Scheiße, wir sind in-game. Oh, es gibt vier Ulz jetzt zur Auswahl. Ich geh kork, ihr Ulz, Junge. Okay, in fünf Sekunden hat man die Ulz. Let's go, Junge. Der wird so reinfahren, ne? Oh, er wird reinfahren. Ach, du hast auch am Umo. Mhm. Wann seh ich denn, ob ich eine krasse Rakete hab? Die rote Rakete. Die rote ist immer die krasse. Ja, aber seh ich ja nicht. Echt nicht? Zählen. Ah, doch, jetzt seh ich's. Zack. Oh. Hä, Chusen Alternate Summoners? Was? Ne, ich bleib bei Corki. Hä, Junge, was ist das für eine goofy Kacke? In my way, in my way, in my way. Becky, Becky, ja? Stabil, der Junge. Frau, warum wollen die eigentlich immer mich tut? Bitte überlebe ich. Ich bin in die fucking Wand gelaufen und hab deswegen 300 Schaden bekommen. Die hatte Urgott Ohlz. Ja, nein. Ich kann aber auch nichts gegen sie machen, weil sie halt Freuer ist. Ne, Freuer ist. Okay, jetzt darf ich, jetzt darf ich, äh, changen. Amumu Senna oder Echo? Nicht im Amu. Oh, der Brauweissbrau weiß ich ob Echo und Brands. Ja, einfach durchzuzählen, Junge, like Aya. Wie lange die überlebt? Hey, Baron Kill. Und dann kriegen wir super mit Charge Meter. Scheiße, was wollen wir das bedeutet? Wahrscheinlich kriegen wir noch, äh, wieder eine Ulti Switch. Okay, jetzt haben wir irgendwas. When you next cast the ultimate summoner, it's cool, dann will refresh after three seconds. Three seconds? Ah, der hat doppelarmum umholt. Oh Gott, ist der umholt? Geil. Schön daneben gehauen. Einfach daneben. Oh, ich kann swappen. Nunu, Urgott. Der geht nicht mit Urgott. Oh, ich kann auch swappen. Wicksilien! Ja, ich hoffe, ich hab das nicht verbraucht, weil ich einmal geultet hab. Alter, alter! Alter! Was? Penta-Gragas, Penta-Gragas. Alter! Er kriegt einfach ein Triple-Double-Kill, Junge, ich heul. Hey, Digga, was machen wir bei denen? Was zum Fick hat das hier? Digga! Oh, die... Oh! Lol, wechselt! Leaschen die? Nö. Durch, durch. Was ist? Was? Was? What the fuck war das für ein Damage? Boah! Bin gleich da. Hm? Ach, Digga. Ich denke. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab' gelegt. Sind Sie eine Mission? Hey, du B**** Junge. Hey, du B**** Junge. Oh, der hat keine Ahnung für Blackshade. was ist, oder? Ich hab' gelegt. Du B****, ich hab' gelegt. Ich hab' gelegt. Was? Oh, der? Ja. Scheiße Junge. Natürlich hat er ja wohl schon die Batsch. Oh, du holtest doch kacke. Wie geil war das denn grad? Es ist so cool, Junge. Wenn du rein fliegst. Ich brauch noch wen zum Ulten. Oh, what? Ab links rein. Hä? Nee, da wird wieder wieder fliegen. Er kann fliegen. Ein Vogel der versucht hat zu fliegen. Hast du versucht einzusperrt. Komm ran, muss rennen. Okay, gut. Oh nein, 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 du machst das. Hey? Ich mach einfach Around the World, Junge. Komm her, komm her. Oh! Fick die jetzt. Nein, sie hat geholtet. Nein! Oh, ich bin genau, ach man. Der hat 280 Amor, wodurch? Ey, guck mal, guck mal, mein Liegen an. Der hat 263 Amor, wodurch? Guck mal sein Atoms an. Wo hat er Amor? Keine Ahnung, Junge. Wahrscheinlich kriegt man einfach... Ich hab keine Ahnung, der wird. Pass. Wo finischt du grad? Ja, wie schon gesagt. Mit deinem Backer. Also. Die können nicht kommen. Die Magada ist jetzt gleich als da. Junge, ich komm angespeedet, Alter. Ich komm so angespeedet, Junge. Okay. Das geht bei ihm, Alter. Ohohoho. Hart. Ähm. Tiger, ich hab ja, um diese Scheiße. Ich weiß nicht, nicht nur. Oder ja. Sehr schön. Tiger, ich hab ihn auf einmal nicht mehr gesehen, weil er im Busch war. ja wir haben auch immer sachen ich habe nico ist oder soll ich bei akali bleiben und einfach wenn ich irgendwo ankommen mit nico ich weiß dass wir viel scheiß den ich hier mache die arbeit viel spaß das nennt sich weiß warum der freund so viel arme und er hatte ja zwar bonus oh mein gott dass ich das jetzt erst rafft und ließ ich kann nicht jumpen dicker ich bin renka und kann ich hüpfen oder was auch kommen schüttelig ich mache mich unsichtbar dick ist es legit k6 und schlecht was auch ich werde zu den assassin naden man stirbt die nicht alter was passiert der junge warum ist herald mit hier das ist ein goofy game gewesen Bis zum nächsten Mal.